Hallo und willkommen zurück zu Inside. Wir brauchen noch vier Männer, die... Hat er mich gerade merkwürdig am Kopf berührt? Das sah so aus, als hätte er mich am Kopf gestreichelt. Macht er das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich werde gestreichelt. Ähm... Was wollte ich sagen? Wir brauchen noch vier Männer, um die Plattform zu beschweren. Ist eigentlich auch interessant, dass es alles Männer sind. Und da sind die drei im Käfig. Und dann fehlt uns nur noch einer, wenn wir die befreit haben. Uah, ihr müsst euch leider... Ups, da runterschmeißen. Dann gehen wir auf Ebene, auf die mittlere Ebene und holen die. Nicht drängeln. Alle haben Platz hier. Oh, ich hab den einen gerade voll über den Haufen gerannt. Geht's euch noch gut? Eins, zwei, und Nummer drei steht auf. Okay. Einer fehlt noch. Und den müssten wir dann ganz oben rechts finden. Wenn sie mir über die Plattform helfen. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Das war doch hier. Ja. Das ist richtig. So, einmal bitte nach oben und dann rüber. Und hier ist der Letzte. Der, traurigerweise, nicht mehr lebt. Und da müssen wir dann bald raus. Das sieht nicht gut aus. Das hört sich nicht gut an. So, komm mal mit. Das ist voll fies. Einmal runterschmeißen. Danke fürs Auffangen. Alle Mann beisammen. Auch der Herr ohne Hose. Alles klar. Nicht drängeln. Alles gut. Wie sie sich gegenseitig schubsen. Jetzt nehmen wir dich noch dazu. Und dann passt es. Danke für die Hilfe. Tschüss. Und das meinte ich mit Impulswaffe. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist echt ungut. Das können wir schieben. Oh. Wir sollten uns aber auf jeden Fall nicht dahinter verstecken. Soll ich das denn schaffen? Lauf, 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 lauf. Dann einmal den Hebel hier umlegen. Äh... Kann ich jetzt den Hebel umlegen und dann eins weiter? Ach, das ist sehr fies. Wow. Okay. Das bewegliche Teil gibt uns vermutlich Deckung. Das heißt aber, wir müssten mit dem zusammen... Irgendwie... Man kann es auch anhalten, aber... Ich glaube, wir müssen... Gleichzeitig mit dem Ding... Das wird jetzt eine Weile dauern. Weil so passt es. Oh, Mann. Ich muss noch überlegen, wie ich das Teil mit da dann losrennen. Gibt es uns Untendeckungen? Ich hoffe, so klappt es. Oh, auf Anhieb. Man merkt, dass ich es schon mal gesehen habe. Echt jetzt? Wow. Hohohohoho. Auf, Lauf. Oh, Gott. Hä, kurze Verschnaufpause. Sieht einfacher aus, als es ist. Was haben wir hier? Dummies. Und dann... Ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding mitnehmen kann. Ach, nee, das ist nicht mehr... Das wird nicht mehr gehalten. Momentan wird es von der Schiene hier gehalten. Ich glaube, es bringt mir nichts, es mitzunehmen. Oder? Aber ich muss es mitnehmen. Für die andere Seite. Ja. Uiuiui. Okay, okay. Jetzt wieder Timing mit dem komischen Kran. Was auch immer das für ein Kran ist. Muss ich noch überlegen... Wie man das am sinnvollsten macht. Oh, das passt nicht. Das... Nein. Das passt überhaupt nicht. Das dauert viel zu lange, bis das Ding einmal rum ist. Es steht kurz oben und dann geht es erst nach rechts. Und ich glaube, erst dann kann ich los. Jetzt? Hoffentlich? Scheiße, scheiße, scheiße. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Oh Gott, dann muss ich das auch noch timen? Ich glaube, das Spiel speichert da. Nein, das muss ich alles zusammen machen. Was muss ich da denn machen? Nein, nein, zu früh runtergerutscht, zu früh runtergerutscht. Ach. Fiese Stelle. Man möchte natürlich schnell wie möglich runter, um in Deckung zu kommen, aber man darf halt auch nicht zu früh, weil dann... ...passt es unten nicht mehr. Jetzt könnte es klappen, jetzt könnte es klappen. Ja. Hier sind wir sicher? Ist die Frage, wie lange? Man traut ja Licht nicht, aber hier ist alles in Ordnung. Und noch tiefer. Es ist zwar... Ich habe keine Ahnung, wie oft wir schon nach unten gefahren sind, irgendwie da nach unten gesprungen, nach unten getaucht. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Oh, das habe ich vergessen. Au, au. Oh, okay. Äh, nee, der Ausgang war... Ach, scheiße. Scheiße, scheiße. Ich muss... Ah, rechts muss ich aufmachen. Ich erse auf. 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 Erstmal Wasser rauskotzen. Ja. Ich komme erst mal wieder zu Atem. Das war knapp. Sehr knapp. Obwohl hier zurecht ziehen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne kurz nochmal runter, um zu gucken, ob es hier was gab. Ich sehe zumindest keine gelbe Schnur und viel weiter können wir nicht tauchen. Alles klar. So, wieder ein bisschen schwingen, weil es so Spaß macht. Oh, ach, super. Also, öffnen und losrennen. Das war jetzt nicht so gut. Ich bin einmal zu viel gesprungen. Da hinten ist eine Tür offen. Lauf raus. Und wieder ab ins Wasser. Und wieder ab ins Wasser. Okay, jetzt sind wir auf der Seite. Gab's dann noch... Komm, gehst du nochmal runter? Nein, okay. Ähm. Erstmal roter Knopf. Der ist so auffällig. Der muss getrocknet werden. Hey. Hallo, du. Du hast da komische Dinge aus deinem Bauchnabel hängen. Bist du da niemand anders als wohin? Die hörte das nämlich nicht. Ähm. Oh Gott. Also, das Link muss auf das Rote drauf. Das heißt... So... So... Springen... Drücken... Falsch rum. Zu früh gedrückt. Okay. Oh, Moment. Ich hab mich zu sehr beeilt. Ich hätte gar nicht... Hätte ich gar nicht. Cool. So passt's. Na? Das... Au. Au. War tötig. Au. Den Sprung habe ich jetzt nicht geschafft. Habe ich was falsch gemacht oder war das nur schlicht abgesprungen? Wir werden sehen. Ja, okay. Ich habe das mit dem Sprung nur schlecht getimt. Luke, erstmal drüber hüpfen. Hier können wir nichts machen. Ähm, hallo? Ich schwimme hier nur. Aber du jagst mich nicht. Können wir dir helfen? Ich muss gerade nochmal Luft holen. Ähm, Junge? Der wird jetzt irgendwie gerade nicht nach oben. Hä? Ich glaube, er kann da Luft holen. Das wäre ja auch schon längst ertrunken. Ist das eine Waschmaschine? Nee. Ich habe keine Ahnung. Hört komisch aus. Ja, ja, ich habe da oben so ein bisschen Luft. Okay. Ach, jetzt. Jetzt bist du erst. Okay. Lass mich. Lass mich. Nein, nein. Okay, die hat uns ganz lieb, aber wir können halt unter Wasser nicht atmen. Ich muss direkt nach oben. Dann klappt das. Und jetzt hänge ich hier fest. Wo muss ich denn hin? Kann ich denn hin? Ähm, vielleicht werden wir so ein bisschen runtergehen. Und dann schwingen. Noch einmal zurück. Und abspringen. Und zum nächsten Saal. Da ist noch eins. Jetzt interessiert mich natürlich, ob unten rechts noch was war. Das könnte aber gefährlich werden, da zu gucken. Was machen wir jetzt damit? Ähm... Hä? Was brachte mir das jetzt? Einfach nur, dass ich... Oh Gott... Gudg, 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 gudg. Nein, 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 nein. Ich glaube einfach nur, dass ich genug Sprung... ... Höhe, äh, Weite damit... Ich hab keine Ahnung, was ist denn da? Ich glaub schon. Ich hoffe, ich hab nichts mehr sehen. Okay. Ich spring mit Anlauf. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Dahin. Verdammt guter Schwimmer, die Kleine. Äh, wie war das noch gleich? Nein, das war doof, das war doof, das war doof. Äh, ich weiß... Ich muss nochmal nachdenken, ich weiß nicht, wie das war. Wir können sie mit dem Haken an der Kette auf jeden Fall so ein bisschen anlocken, ohne dass wir uns in Gefahr begeben, wenn wir da dran hängen. Das heißt, wir können sie nach links locken und dann ist nur die Frage, wie kommen wir wieder zurück? Ich muss das nochmal probieren. Jetzt noch ein bisschen Füße ins Wasser, wir locken sie hier hin. Und dann gehen wir hoch. So. Dann sollte sie erstmal links sein und hoffentlich auch links warten. Dass wir dann nach rechts gehen und mit Zeit jetzt gewonnen haben. Ich hör sie schon wieder, ich hör sie schon wieder. Ah, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Nein. Okay. Machen wir das nochmal. Okay. Okay. Kann ja nicht einen Ticken schneller schwimmen. Das ist so, wieder anlocken. Füße im Wasser. Guck mal. Oh, das war nicht angelockt genug. Ach, shit. Das müssen wir nochmal machen. Das ging zu schnell wieder zurück. Also, wir müssen gleich ziemlich weit nach unten. So, damit ich jetzt hier schon im Wasser plansche. So, jetzt ist sie, glaube ich, so weit wie möglich links. Und dann muss ich jetzt gut und schnell schwimmen. Ja, ich habe den Knopf verpasst. Boah, das ist gar nicht so einfach, das so im Schwimmen zu machen. Den Jungen da so zu lenken, der lenkt sich im Wasser nicht einfach. Bisschen träge halt. Auf ein neues. Und hoch. Oh, man. Diesmal war es geschafft. Millimeterarbeit. Ich hoffe, aber ich habe nichts übersehen da jetzt. Aber so tief, wie das war, wahrscheinlich nicht. So, ich darf ihn wieder schwingen. Ja. Aber ich sehe da wieder was gelbes im Hintergrund. Wieder ein gelbes Kabel. Wie so eine Tresortür. Ups. Oh, nein, 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 nein. Finger weg. Das mit dem gelben Kabel ärgert mich jetzt. Ich hätte vielleicht doch nochmal zurückgehen sollen. Ähm. Ich hätte... Ich kann das wahrscheinlich jetzt aber nicht neu starten an der Stelle. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bei diesen... Bei diesen gelben Brücken... Ach, gelben Brücken. Bei diesen roten Brücken eben... Vor der Leiter einfach so... Nach rechts hin schwimmen können und dann tauchen, dass wir dann vielleicht so ein Secret entdeckt hätten. Und dann halt die Leiter hoch und oben rüberspringen. Das ist so meine Vermutung. Ähm. Ich werde bis zum... Bis zur nächsten Aufnahme gerade nochmal gucken, ob wir eventuell diese Passage dort nochmal anfangen können, wenn ich mich jetzt irgendwie umbringen lasse oder so. Ich vermute, es geht nicht, weil das Spiel sehr oft speichert, was natürlich auch gut ist, aber ähm... Ich glaube nicht, dass ich nochmal so weit zurückkomme. Wie auch immer, entweder hier oder dann ein paar Meter vorne dran geht's dann beim nächsten Mal weiter und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann.